Schönen guten Abend, vielen Dank, dass ihr uns gerade gekommen seid hier im Pettiglroom, um den Pettiglroom finanziell moralisch ansonsten nicht zu unterstützen. Dann trotzdem danke, dass du da bist. Ja kurz im Ablauf des Abends, es werden jetzt in der Reihenfolge, die bis dato noch nicht feststand, soeben habe ich erfahren, dass Mr. Elvis Bummel den Auftakt macht. Und ich denke Elvis, zwack mal, Herr Fisch, ihr werdet rotieren, ihr werdet schauen, was immer ihr wollt. Zwei Stunden habt ihr Zeit, gebt euch Hüge. Ja, zwei Stunden, dann halt die drei, ist nur von drei gestirmen. Anschließend dann ein Anplugset von Speed Swing. Währenddessen habt ihr die ganze Zeit die Möglichkeit, Los zu erwerben. Für 1,02, 2,01 Los. Bei der reißen Sandra, die Kasse macht jetzt gleich auf. Dazu sei angemerkt, jedes Los gewinnt. Also keine Nieten und vor allem keine Rampschgewinner. Schönes Menü, feine CDs und allerlei Merchy, Merchy, Merch. Gut, anschließend, dann nach Speed Swing haben wir noch eine famose Aftershow-Party. Two for all, two DJs for everyone. Im hinteren Bereich. Ansonsten habt viel Spaß. Vielen Dank. Erwiss Bummel. Sechs drei Teil. Willkommen hier in der Fösskei-Physik-Jekrein München. Also, wir kommen hier im Paneclo mal zum Paneclo-Paneclo-Paneclo-Paneclo. Und die nächste Teil ist, wie bei Ritz und Peter, und ich würde sagen, Sex-Seiten, eine C, das ist mit so etwas Ähnliches wie ich. Und die nächste Teil ist, wie bei Ritz und Peter, und ich würde sagen, Sex-Seiten, eine C, das ist mit so etwas Ähnliches wie ich. Und die nächste Teil ist, wie bei Ritz und Peter, und ich würde sagen, Sex-Seiten, eine C, das ist mit so etwas Ähnliches wie ich. Sex-Seiten und eine C, das ist mit so einem Körper, und ich würde sagen, Sex-Seiten und eine C, das ist mit so etwas Ähnliches wie ich. Und ich würde sagen, wenn ich mich auf andere C, das ist mit so etwas Ähnliches wie ich. Ich bin der Wettbewerb, ich bin der Wettbewerb, ich bin der Wettbewerb. Du bist da, ich bin da, alles wunderbar. Sie ist da, er ist da, alles wunderbar. Alles wunderbar. An unseren Frust geben wir der Garderobe ab. Nehmen wir uns ein zur Brust, und zwar nicht zu knapp. Du bist da, ich bin da, alles wunderbar. Sie ist da, er ist da, alles wunderbar. Alles wunderbar. Wir und Musik sind immer noch eine echte Bank. Doch ohne euch nur ein zu schön, und deshalb vielen Dank. Das ist einfach nur großartig. Das ist einfach nur großartig. Du bist da, ich bin da, alles wunderbar. Sie ist da, er ist da, alles wunderbar. Alles wunderbar. Keine Kosten, keine Mühen haben wir gescheut. Uns auf den Tag, hier und heute, schon zu lang gefreut. Und das ist einfach nur großartig. Du bist da, ich bin da, alles wunderbar, sie ist da, er ist da, alles wunderbar, 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 wunderbar. Ja, er war schon 50 und der schlimmste Assi der Stadt, und alle, die ihn mal trafen, hatten längst ihn schon satt. Ja, er war schon 50 und der schlimmste Assi der Stadt, und alle, die ihn mal traf, Ja, er war schon 50 und der schlimmste Assi der Stadt, und alle, die ihn mal traf, Ja, er war schon 20 und der schlimmste Assi der Stadt, und alle, die ihn mal traf, Ja, er war schon 50 und der schlimmste Assi der Stadt, und alle, die die dich inimsten, Vom Urgebiet bis in die Oberpfalz, Vergeistern wird allen Blumme und seinen Blumme. Sie schreit aus dem Wald, ole, ole, ole. Die Barokan und Tador, ole, ole, ole. Die Barokan und Tador. Ole, 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 ole. Die Barokan und Tador, ole, ole, ole. Die Barokan und Tador, ole, ole, ole. Die Barokan und Tador, ole, 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 ole. Die Barokan und Tador, ole, 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 ole. Der erste Auftritt und der Pöbel steht schon vor der Tür. Sein langen Fieber bekämpft er mit Schnaps und mit Bier. Die Barokan und Tador, ole, 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 ole. 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 Allee! 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 Und schon! Und nur bei Marcle! Dankeschön! Applaus 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 Flughafen, 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 Flughafen. Ja, schön doch dass euch nicht ein gefilgt! Hier, Panic Room. Ja, und ich glaube, anhand der Leute, die sehen, wie viel Lobe verkauft worden ist, gibt es auch einiges können. Drum gekommen sein. Guck mal, schöne Abend. Supergeale Abend. Immerhin von Elvis Pummel und Elf Fisch. Großartig. Großartig Abend mit euch auch hier. Danke. Ja, 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 ja. Guck mal, das war's. Guck mal, das war's. Guck mal, das war's. Guck mal, das war's. declariert. Die Klochreiter Astronomers homage in der Telefon Chi. Nicht so rиком wie es Telefon Chi. Nee. Karlachherberg als die Gef Gott Hoca. ники Qual125-Hörschätzung, Aqui Wissens foarte aquí. ... Nicht so near Sie. Es ist der Rhythm of a burning storm If attached, the secret's of Hank Ray, Rated Lord And did you say, I'll rip my back It's a big time back Did you say, let's mess my way And run it, let's do it And find the stake Let's go, everybody Did you say, I'll rip my back Did you say, let's mess my way It's a big time back Did you say, let's mess my way Let's go, everybody Well, that's the matter You're going to go to the other one You've got it, there's no time Oh, you'll play some of it all There's a tough one Shanti Musik Musik